Hallo ihr Lieben, ich bin im Garten und heute mal nicht alleine. Den Sven habe ich zu Besuch, der kommt da hinten gerade aus dem Pavillon. Er hat die Säge geholt und zwar heute eine ganz besondere Folge. Gehen wir hier mal hoch. Wir sind hier beim Podest und hier haben wir auch schon was vorbereitet. Und zwar haben wir hier meinen Feuerkorb, also den Grill, den ich hier immer als Grill benutzt habe. Und wie ihr es schon sehen könnt, hier steht ein Wok drauf und den wollen wir heute einbrennen im Selbstversuch. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, aber so richtig schlau sind wir auch nicht. Wir machen einfach mal Step-by-Step. Das war's für meinen, was gut dafür sein soll. Okay, ich mache den Wok mal wieder runter und befülle es schon mal. So, wir befüllen langsam. Die Dinger haben wir quer gemacht, damit der Wok dann ordentlich drauf steht, wie ihr schon gesehen habt am Anfang. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen nasses Holz dabei und so, aber wir haben Hoffnung, dass das was wirkt. Haben einfach ein bisschen mehr Geduld. Muss mit dem klarkommen, was wir hier haben. Soweit befüllt und dann jetzt noch mal was zum Anzünden suchen. Und da habe ich das Beste im Bunker, was es gibt. Die Reste von den Vorpächtern oder vom Inmüllen oder wie auch immer. Das nehmen wir zum Anzünden. Und dann wollen wir zum Anzünden stehen. Musik Es ist schon eine Zeit vergangen und wir haben immer das nachgeworfen, das auch mal durchziehen lassen und haben uns dafür entschieden, den Wok jetzt draufzulassen. Der wird jetzt abgebrannt. Wie das aussieht, werdet ihr gleich sehen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal Geduld haben. Sieht man richtig, wie sich das verfärbt gerade, ne? Musik Zeig mal rum. Wow, sieht schon voll geil aus. Hat richtig was. Verdammt, jetzt habe ich auch so ein Ding. Das glaube ich dir. Das macht so einen Spaß. Was ist das da? Wir benutzen übrigens Olivenöl. Oh, der sieht toll aus. Du, der sieht ohne Ende toll aus. So. Wollten wir nicht eigentlich was draufschmeißen, während wir... Da stand ja was von mir mit Kartoffeln. Da gab es auch so einen Trick mit Kartoffeln. Und was war das noch? Was hat denn noch rein? Ich habe nebenbei gekocht. Ich habe nicht halb... Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe noch nicht dazu gehört. Wir haben jetzt nochmal nachgelegt. Ich weiß nicht... Ähm... Es ist besser ohne Brett ist echt. Wirklich nicht so frei, es ist langzuschicken. Oh, das ist cool. Oh, das war die Zeit. Wir sollen jetzt auch mal fertig machen lassen. Es macht voll Spaß. Man kann richtig beobachten, wie das besser wird. Also Leute, wer das nachmacht, Geduld haben. Auf jeden Fall Zeit mitbringen. Ich gebe mir jetzt auch gerade überall nochmal ein richtig Zunder, dass das da so wie in der Mitte aussieht. Das ist genau richtig da, worüber wir hin. Wir haben die Anleitung, die wir im Moment dann kennengelernt haben, ein bisschen angewendet. Dann fehlt uns nachher seit zwei Kartoffeln. Deswegen haben wir so unseren eigenen Weg gefunden. Und ich denke, das kann man schon als Erfolg verbuchen. Definitiv. Richtig partynah, also richtig schottschig. Super, wie sieht das Ding dann von der anderen Seite? Oh, guck mal, der geht jetzt richtig durch. Der ist da so tief schwarz in der Mitte. Und da kann man es ruhig sagen. Es ist jetzt heller, jetzt wollen wir es noch mal dunkler kriegen. Ich habe ja hier den Wackler drin. Ja, du kannst dabei wirklich zusehen. Siehst du das da? Ja, der Spalt wird sich jetzt schließen. Genau. Du kannst richtig dabei zugucken. Jetzt verfärbt sich das echt immer weiter. Ja. Oh, richtig schön. Wir haben ein paar Stellen zu heiß gehabt und dann wurde es wieder heller. Wir haben uns auf der Rückseite gezeigt. Aber das wusste ich wieder ein. Das geht auf jeden Fall schnell wieder dicht. Also wem das passiert, keine Panik. Wir haben auch rausgekriegt, wir haben einen Fehler gemacht. Zu viel Öl benutzt. Also benutzt wenig Öl. Und so wie wir das bisher gemacht hatten, nur nicht übertreiben. Und dann sieht das auch gut aus. Ja, guck mal. Das geht da schon direkt wieder rüber ins Schwarze. Ja. Jetzt haben wir schnell wieder raus. Da, richtig gerade. Siehst du das Rot? Geht richtig fix. So ihr Lieben, das soll es gewesen sein zum Bockbrennen. Wir brennen das noch zu Ende. Aber ich denke das Prinzip habt ihr verstanden und wie es geht. Das ist schon wieder schwarz. Okay, da sieht man nochmal wie schnell das geht. Also keine Panik auf der Titanic, weil wem das wieder heller wird, einfach weiter machen. nochmal. Und Sven und Lars sagen Tschüss.